Amira Pocher, jetzt äußert sich die Frau von Bien.Amira Pocher soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben, Motivationscoach Bion Katilatu. Doch nicht nur Amira hat ihren Ex Oliver Pocher hintergangen, auch Bion ist eigentlich verheiratet. Jetzt äußert sich seine Frau Sheila.Oliver und Amira Pocher sind bereits seit einigen Wochen offiziell kein Paar mehr. Seitdem häufen sich Schlagzeilen um einen neuen Mann an Amiras Seite, Glücksgerobien Katilatu. Doch nicht nur Amira hat Olli hintergangen, auch der Motivationskutsch ist eigentlich verheiratet. Seine Frau ist Model Sheila Singh, mit der er, gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Hündin Phoebe in einem Vorort von Hagen lebt. Jetzt äußert sich die Influencerin zu der aktuellen Situation.Shiela Singh äußert sich in einem YouTube-Video. In einem YouTube-Video nimmt Sheila Stellung zu den Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Sie nennt zwar nicht den Namen ihres Mannes, dennoch wird deutlich, dass ihre Worte an ihn gerichtet sein sollen. Sie spricht unter anderem über ihre schwierige Schwangerschaft und gibt einige Updates zu ihrem Leben. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir gut. Sagen wir mal so, ich hoffe auf bessere Zeiten. Ich denke immer wieder, ich habe das letzte Jahr durchgestanden, ich habe diese Schwangerschaften durchgestanden. Punkt. Diese für mich sehr schlimme Geburt. Danach diese herausfordernde Zeit auf der Intensivstation. Diese Ängste und all das, was in dieser Zeit passiert ist. Und das habe ich durchgestanden. Jetzt werde ich alles durchstehen, was seit knapp anderthalb Jahren in mein Leben gekommen ist. Sagt das Model. Anschließend deutet sie an, dass Bion scheinbar nicht genügend für sie da gewesen ist. Letztes Jahr war für mich eine sehr herausfordernde Zeit. Ich habe eigentlich die ersten 10 Monate 99% die Nächte komplett alleine gemacht. Das war verbunden mit 30 bis 40 Mal geweckt werden. Vielleicht, weil er schon damit Amira angebandelt hat. Schieler wird noch deutlicher, ich habe nicht mehr als 20 Minuten, am Stück, in den ersten 10 Monaten geschlafen. Und das hat mich wirklich, wirklich fertig gemacht. Ich habe die Arzttermine zu 99% alleine gemacht. Punkt. Auf die Affärengerüchte geht Schieler allerdings nicht weiter ein. Ob ihre Ehe noch zu retten ist? Bion Cartilatus Hintergrund und Erfolg. Bion Cartilato ist ein Name, der in der deutschen Comedy-Szene immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der gebürtige Inder ist bekannt für seinen einzigartigen Humor und seine leidenschaftliche Bühnenpräsenz. Doch sein Weg zum Erfolg war alles andere als einfach. Bion wuchs in einem kleinen Dorf in Indien auf und wanderte im Alter von 8 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland aus. Die Anpassung an eine neue Kultur und Sprache war eine große Herausforderung, aber Bion ließ sich nicht entmutigen. Er begann seine Comedy-Karriere als Hobby und trat in kleinen Clubs und auf Open-Mic-Bühnen auf. Mit seiner charmanten Art und seinem talentierten komödiantischen Timing konnte er schnell eine treue Feengemeinde aufbauen. Heute ist Bion einer der gefragtesten Comedians Deutschlands und begeistert das Publikum mit seinen ehrlichen und humorvollen Einblicken in das Leben eines Immigranten. Sheila Singh, das Model mit Instagram. Sheila Singh ist nicht nur eine talentierte junge Frau, sondern auch ein aufstrebendes Model, das in den sozialen Medien große Wellen schlägt. Mit ihrem atemberaubenden Aussehen und ihrem sanften Lächeln hat sie eine beträchtliche Anzahl an Followern auf Instagram gesammelt. Durch ihre Posts inspiriert Sheila ihre Fans mit ihrer positiven Einstellung und ihrem Modegeschmack. Sie nimmt ihre Anhänger mit auf ihre Reisen und teilt Einblicke in ihr aufregendes Leben als Model. Super. Vielen Dank.